So hallo erstmal Heute zeige ich euch einen Flugzeug Experience Und da kommt es schon angeflogen Wir sagen immer, es soll sich auf die Seite setzen Ich schicke schnell ein anderes Flugzeug weg Also nehmen wir, was die Leute im Flugzeug vergessen haben Und schon kann ich ihn abfertigen Dieses Flugzeug ist vielleicht sehr sehr selten Darum habt ihr es für euch noch nie gesehen Oder habt es noch nie in eurem Flughafen gesehen Es kostet 500.000 Air-Coins Das ist ziemlich teuer Und dementsprechend ist das Flugzeug aber relativ gut Und es hilft jemandem sehr sehr gut weiter zu kommen im Spiel Es hat eine Flugdauer von insgesamt 20 Minuten Und man kann es aber sehr sehr schnell abfertigen Wie man jetzt zum Beispiel sieht So, jetzt kann ich das Flugzeug auch schon wieder wegschicken Aber jetzt kommt das Beste an der ganzen Sache Ich kann ankästen 100 Coins 1 Herz Und 3 Sterne Die mir zum Level Up helfen So, das war's Schicke ich das Flugzeug zurück zu seinem Besitzer Also viel Spaß noch bei Skyral Tschüss Auch das ist das Flugzeug Und das war's Wir waren ganz zu sehen Wir waren ganz schön Und das war's Wir haben einfach Wir waren ganz schön Wir waren ganz schön